weiter weiter immer weiter feuer feuer ungeheuer heißt das feuer denn das brennt was keine ahnung wie der text davon geht vielleicht wer auch immer das jetzt erraten hat daumen hoch für die großartigen sams bücher du pisser na du sprichst du doch direkt vor die flinte wollte ich doch gerade die buchstaben schon wieder dass ich tatsächlich sogar noch mal liegen du kacklappen stirbt voller energie ist okay super alle buchstaben bis auf das war knapp bis auf das d haben wir dann kommen wir nehmen es einfach mit meine fresse dieses spiel bist du das d nein bist du das d nein da komme ich noch nicht mal hoch da komme ich auch nicht hoch gut wo ist das d hier haben wir ja hier ging es los sag ich da mal nur jetzt haben wir nicht dass du das die bist natürlich bist du das d das d aber man konnte übersehen weil ich es für einen dings gehalten habe wobei jetzt das das ist es heißt die anderen buchstaben waren links irgendwo verteilt ein nur für die 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 und die 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 warum probiere ich es eigentlich warum probier ich es eigentlich überhaupt aber darum nicht immer so eine hinten Köln-Gedöns-Scheiße Hätte ich da auch noch lange gekonnt Ach, ich hab doch keine Ahnung Oh, wie das flimmert Ah, Gottes Willen Na, wo springst du hin? Du springst doch, glaube ich, hierher, ne? Genau Gut, der schraubelt da so rum Schraubelt, schraubelt, schraubelt Wer? Da ist nochmal mehr Buh Haha Wie durch das denn? Nein, lass mich in Ruhe Ich krieg das Giga-Kotzen Da krieg ich mal sowas hin, wie irgendwie über einen Helikopter rüber springen Ja, und dann passiert gleich wieder so eine Scheiße Ah, ich hab mir doch schon gedacht, dass der olle Schraubobert jetzt hier rumschraubiert Komm ich da rüber? Ja, komm ich sogar Schraubobert Schraubobert So, jetzt gib mir mal bitte volle Energie gleich so demnächst Ja, genau Bist du tot? Ja, Mann Ist jetzt hier schon vorbei, oder was? Ich glaube, hier war echt schon Exit Wir nehmen die einfach mal mit Tatsächlich Exit Puh Easy peasy Ich glaube, hier bin ich Ich glaube, hier bin ich Vielen Dank.